Eine Frau stirbt, zehn weitere sind vergiftet. In Bordeaux in Frankreich wollten sich ein paar Gäste einen gemütlichen Abend machen und bestellten in einer Weinbar zum Abschied noch ein paar Sardinen. Der Koch öffnete die Dose in der Küche, die roch schon etwas komisch, er entschied sich aber dafür, die Sardinen trotzdem zu servieren. Die Gäste aßen sie und leider mussten sie kurze Zeit später in die Notaufnahme, mussten künstlich beatmet werden und eine Frau starb dabei. Grund des Ganzen war das tödlichste Gift, das wir Menschen kennen, Botox oder Botulinumtoxin. Und die Erkrankung nennt sich Lebensmittelbotulismus. Gerade für Heilpraktiker ist es eine extrem wichtige Krankheit für die Überprüfung und diese Erkrankung führt zu absteigenden Lähmungen bis hin zum Atemstillstand. Also immer vorsichtig sein, was du isst.